so jetzt haben wir es jetzt ist heraus marco schaut im fernsehen zu gratuliere das haben gebraucht wir brauchen eine hand das ist kann es nicht sein bitte wo sie muss wo ich gleich ein chef erinn von der in ufa chef aber gleich geschickt der whatsapp aber gut aber geschickt wo solltus wo wo was wen hilft das jetzt dass der nicht spielen darf die holländer profitieren davor was uns hilft es kann mir was aber noch unter differenzial gemeinsam beides angespielt so aber genug geschätzt gut wie ich gesehen habe ins spiel gewusst wird ja noch ein 3 1 wieder weg rent und das ist nicht gewusst dass ist das ist wie mission impossible 1 das wird folgen haben das war für die herren von der ufa aufgelegter öfer man kann natürlich darüber diskutieren klar kann man immer aber ich sage das ist fußball man muss die kirsche am baum lassen nur weil zwei profi kicker da wer ball aneinander geraten in der in der hitze das gefällt was bei jedem unterlieger kickerl ist das normal dass der eine zum anderen sagt du kannst nicht gut spielen nicht bist der schirre hund oder haben sie da im finstern die hohe geschnitten oder schöne dressen habt in deiner kreis hat das nicht geben das ist das ist so du siehst du siehst du verstehe nicht da gibt da wird das andere nicht fußball ist die emotion da geht es um ein bisschen was man beleidigt sich und nach dem match gibt man sich die hand oder trikot oder verkehrte je nachdem aber es ist ausgerät und fertig und gut schwamm drüber na wo es wird gewesen sein der alioski wird zu ihm gesagt haben erst mit den bäckerl schaust aus nautl wie wenn du auf der ganzen woche geschlafen hättest der nautl wird gesagt haben was ist mit dir spürst gern fußball ja dann lehren es so etwas etwas schön was dabei sei das für das muss immer raum sein verstehen dass man sie doch besser wenn es untergriffig wird wenn es ins persönliche geht dann das ist abzulehnen verstehe an etwa weibliche familienmitglieder als mit preis basierte beislauf assistentinnen tituliert werden dann muss man strich ziehen das geht nicht das ist unter der linie von giertel das brauche nicht aber die haben sie eh nach dem match zusammengerät der nautl war in der kabin trennen hat hat gesagt es tut mir leid spend 25 player für eine karitative einrichtung alle haben wir frei alle haben gesagt das ist in ordnung jetzt ist der spiel gesperrt das gibt es ja nicht der eine hat gesagt ich habe es nicht so gemeint der andere hat gesagt ich schon und fertig nicht man gibt sie die hand umarmt sich und beim weggehe nicht sagt man leise so dass nur der her sagt man aber beim nächsten mal schneide die von der seite um das glaubst du regionalzug hatte gestraft bei adnang buchheim da gewinnt das boden tun und bis zum corner funnel du eierschell und dann ist das thema erledigt dann ist es vom tisch bevor die bevor die extra schlauen moraler postel da von der uefa damit die korrektheitskeuler schwingen sollten sie mal darüber nachdenken ob es wirklich so korrekt war dass man das dänemark spiel noch inzwischen vor allem christian eriksen dass man das wieder abpfeifen muss denkt sie mal drüber nach oder ob es vielleicht menschlich wertvoller gewesen war die dass man die buben in der kabine los und sagt burschen beruhigt sich einmal ja es gibt wichtigeres als ein fußballspiel apropos wichtiges fußballspiel das schauen wir jetzt auch gegen holland annautowitsch ist kamarko sondern manko wenn der nicht dabei ist noch da werden wir da werden wir eine andere idee brauchen wie gegen am nordplatz gegen tonien defensiv wie der fied nicht weil ich glaubt da die liegt liegt wobei der ist dabei 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 wobei wobei dabei nicht wenn es dort weiß ich nicht so ein ölverschießen kommt sagt er sicher zu seinem sturmpartner gewege heißt wobei einer der memphis mit vornamen hast was wüsst von dem der kanäcker luft kriegen der rauchte die fest das ist unsere einzige das ist unsere einzige chance dass die holland am platz das großweg errauchen und das spiel abrufen wird entscheidend wird natürlich auch die tormann frage sei vielleicht immer im bachmann sperren und in einem auto wird spülen lassen da rufend cheffering gleich noch mal auf die wäsche vom kohle wird entscheidend wenn der pink bachmann wie der spült der rosa rote panther war mir recht wenn sich der vielleicht schon beim frühstück aufputzt dass er die marmelade aber nicht im match ist das ist ein wahnsinn das ist vielleicht kann ein bisschen dezenter auftreten kleidungstechnisch der muss irgendeine gucci panier das alles in mir ausschauen ich bin also nicht das letzte mal ich glaube der rosa rote panther steht zwischen die pfosten da sehe ich schon als stürmer sehe ich schon im bus wenn ich zum stadion fahre wo der golmer steht der muss sich darren in der tormann der muss der muss drungen netzlevel da kannst du die stürmer irritieren der tele ist sehr blind von den holländern oder man macht den gegnerischen tormann schon vor dem spiel mit geht es mit einem am amsterdam in am am hamster dam geht es nur die gucken oder wo es nicht wie vorgeschlagen aber der fuder hat wird wirklich sagt er kennt oder die gucken bin ja nicht wenn halt um außerdem bevor ich den die steckerl in burg na so sie welche kaufen ich drücke die daumen liebe freunde na wo es wurde und ich erwarte einen sieg und keine niederlande mein tipp mit wienerndes 1 1 dankeschön